Im Sinne der Nachhaltigkeit können unsere Produkte zum Teil wiederverwendet werden. Unsere wiederverwendbaren Kanülen und Nadeln können bis zu zehnmal wiederverwendet werden und bis zu 50 mal wieder aufbereitet werden. Für medizinische Geräte haben wir einige Grenzen, wie das Produkt sehr sichtbar zu machen. Wir müssen diese Anforderungen folgen, aber Primo hat eine Strategie des Sustainability, die FUTURFIT, wo wir viele Aktivitäten haben, wie wir die CO2-Emissionen reduzieren können und wie wir die Produktkabon-Footprinten reduzieren können. Wir glauben, dass wir viele schöne Dinge machen, dank der Design-Stage zu machen. Deshalb machen wir nur Kustomis-Produkte, und wir haben viel Expertise. Und wir wissen, wie wir die Produktkabon-Footen haben, die weniger Emissionen nutzen können, weil wir weniger Materialien benutzen können. Dann müssen wir natürlich überprüfen, wie es leicht ist, die Produktkabon-Foot in der End-Stage der Lebenszeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.